Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier. Ich bin von Löwe Gameplay als Hobby und wir suchen unseren nächsten Gegner. Wir sind jetzt bei Runde 2 angekommen. Runde 2 haben wir eigentlich auch immer gut, haben wir eigentlich immer bis jetzt geschafft bei den drei Turnieren. Also das ist ja das dritte, was wir bis jetzt machen. Hatten wir eigentlich bis jetzt nie Probleme mit. Und der So-So mit Koopa wieder. Gut, schauen wir mal. Sag mal, was ist das für ein komischer Empfang? Würde mich mal interessieren, ob das mein Empfang ist oder nicht. Aber meiner kann es wie gesagt nicht sein. Ich hab noch nicht mal gedrückt gehalten, so ein Mist. Wieder hat er einen zurückgeschlagen. Gibt's ja nicht. Ui. 1-0. Aber der So-So kennt sich wohl auch schon ein bisschen aus. Zumindest gibt er mir das Gefühl dazu. Ui. 1-0. Ui. 1-0. Ui. 1-0. Ui. 4-0. Ui. 1-0. Wollt grad zuschauen. Okay, tut mir leid, so-so, aber war ein nettes Spiel. So, Runde 3, wie sonst auch immer. Mal schauen, ob wir es diesmal schaffen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ja, immerhin, wir kriegen immerhin ein paar Punkte zusammen. Wir haben jetzt 562 mittlerweile, cool. Aber ich würde auch gerne, wie gesagt, weiterkommen als Runde 3 Mal. Und ich hoffe, wir werden es auch schaffen. Schaltet bitte. Ihr dürft gerne wieder einschalten. Und wenn es euch gefallen hat bis hierher, ihr dürft mir gerne natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen. Und ein Abo, damit ihr natürlich auch Bescheid kriegt, wenn der nächste Teil hochkommt. Wo ich es dann eventuell schaffe, mal weiterzukommen. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Und hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Auf Wiedersehen. Das war Mario Tennis Aces Online-Turnier mit von Löher Gameplay als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.